Stellen Sie sich vor, überall auf der Welt arbeiten Millionen von Menschen mit höchster Effizienz. Überall auf der Welt sprechen Industrial Engineers in einer Sprache. Verfügen Unternehmen an allen ihren Standorten über einheitlich hohe Prozessstandards und sichern so dauerhaft ihren Erfolg. Utopie? Nein, die Realität. Bereits in mehr als 20 Industrieländern auf fünf Kontinenten nutzen Unternehmen die Prozesssprache MTM zur Gestaltung ihrer Arbeitssysteme. MTM, Methods Time Measurement, Methodenzeitmessung. Die zur Verrichtung einer Arbeit benötigte Zeit hängt ab von der gewählten Methode. Es ist der Verdienst der MTM-Begründer, diesen Zusammenhang in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erstmals systematisch dargestellt zu haben. Mithilfe von Filmaufnahmen entschlüsselten sie das gesamte Inventar an Bewegungselementen, aus denen manuelle Tätigkeiten bestehen und ermittelten für jedes dieser Elemente einen wissenschaftlich gesicherten und genormten Zeitwert. Inzwischen verfügt MTM über den weltgrößten und international einheitlich kodierten Bestand an Prozessdaten zur reproduzierbaren Beschreibung aller Arbeitsvorgänge. Heute ist MTM weit mehr als eine Datensammlung. MTM ist ein Instrument zum Beschreiben, Strukturieren, Gestalten und Planen von Arbeitssystemen mittels definierter Prozessbausteine. Wer belastbare Zahlen haben will und wissen muss, wie weit der Istablauf vom Sollablauf abweicht, kommt an der MTM-Normleistung als Bezugsgröße, also am Kalibrieren seines Arbeitssystems mittels MTM nicht vorbei. MTM erkennt die Kostentreiber und realisiert die Gestaltungspotenziale dank des ganzheitlichen Ansatzes in allen Phasen der Wertschöpfung. MTM reduziert ergonomische Belastungen am Arbeitsplatz, bindet die Mitarbeiter in alle Maßnahmen ein, fördert so methodenreife Motivation und Leistungsfähigkeit. Und das in H2 jeder Branche. Die MTM-Prozesssprache als weltweiten Standard im Produktivitätsmanagement weiterzuentwickeln und die Leistungsfähigkeit der Mitgliedsunternehmen in einem starken Netzwerk nachhaltig zu sichern, das ist der Auftrag des internationalen MTM-Direktorats und aller unter diesem Dach zusammengeschlossenen nationalen MTM-Vereinigungen. Die deutsche MTM-Vereinigung gehört seit 1962 dazu. Bei Kikat, Weltmarktführer in der Produktion von Seitentürschlössern, konnten laut Werkleiter Kai Dessl mit der Anwendung von MTM immense Kosteneinsparungen realisiert werden. Wir beziehen täglich 1,4 Millionen Komponenten und hier haben wir mithilfe der kombinierten Anwendung von MTM und der Wertschirmanalyse eine Verschlankung in unserer Produktion erzielt. Die Materialbereitstellung ist übersichtlicher geworden und dabei konnten wir die Bestände auch um bis zu 20 Prozent reduzieren. Die aktive Kopfstütze entwickelt an der Uni Kassel erhielt 2008 einen Innovationspreis der deutschen Automobilindustrie. Prof. Dr. Bernd Klein und sein Team setzen bei der Entwicklung auf Procon, das MTM-Planungsinstrument für die produktionsgerechte Konstruktion. Procon ist für einen Konstrukteur ein ganz wichtiges Werkzeug. Procon legt offen durch eine systematische Vorgehensweise die Montageerschwernisse. Und diese Montageerschwernisse sind in der Praxis eigentlich die Kostentreiber. Das sind also diese Bewegungen oder Vorgänge, die ein Produkt letztlich teurer machen. Montage an der Kopfstütze sind über 40 Prozent der Herstellkosten. Der Möbelhersteller Contura, ein Unternehmen der Vitra-Gruppe, nutzt MTM unter anderem zur Optimierung seiner Logistikprozesse und setzt die IT-Lösung TICON zur Prozessdatenermittlung und Verwaltung ein. Peter Helbling erklärt warum. Mit MTM Logistik sind wir nun in der Lage, diese Prozesse grundlegend zu analysieren und da aufgrund dieser Analyse zu entscheiden. TICON ist eine Software, die meines Erachtens von Praktikern für Praktiker gemacht wurde. Und wir sind hoch zufrieden damit. Das Softwarehaus Dresden entwickelt die TICON-Module und Schnittstellenlösungen permanent weiter und bietet neben umfassendem Support und Training auch kundenindividuelle Lösungen an. In Deutschland und weltweit beraten und unterstützen hochqualifizierte MTM-Ingenieure die Projektteams vor Ort. Die Deutsche MTM-Vereinigung stärkt die MTM-Kompetenz aber auch in den Unternehmen selbst. Mehr als 5600 Mitarbeiter wurden bereits in einer vierwöchigen Qualifizierung zum MTM-Praktiker ausgebildet. Besonderes Augenmerk gilt dem ingenieurwissenschaftlichen Nachwuchs. Mit dem Angebot Basic MTM an Hochschulen und den darauf aufbauenden Qualifizierungen bis hin zum European Industrial Engineer sind die Ingenieure in der Lage, zyklische Abläufe quasi im Kopf zu modellieren, in Einflussgrößen zu denken, normleistungsgerechte Sollprozesse zu entwerfen und die MTM-Prozesssprache an die jeweiligen Prozesse anzupassen. Das ist, denke ich, für uns der wichtige Fortschritt, dass wir schnell und auch präzise, ohne Fehler zu machen, Arbeitssysteme entwickeln und in die Serie bringen können. MTM ist als weltweiter Standard der Arbeitsgestaltung etabliert. Und MTM bleibt nicht stehen. Die Aktivitäten in Forschung und Entwicklung, die enge Zusammenarbeit mit Partnern in Wirtschaft und Wissenschaft, die Angebote zum Erfahrungsaustausch, die gutachterliche Expertise und nicht zuletzt die eigene publizistische Tätigkeit machen das MTM-Institut mit Sitz in Zeuten zu einem Motor für Innovation. Prof. Dr. Engelbert Westkemper, Leiter des Instituts für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb IFF. MTM ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Partner, nicht nur auf der Seite der Ausbildung, sondern weil wir auch wissen, dass MTM mit seinen Methoden, mit seinen Arbeitsweisen sehr, sehr stark in der Gestaltung von Arbeitsplätzen, Gestaltung von Fabriksystemen oder Produktionssystemen im weitesten Sinne tätig ist. Und wir brauchen MTM als Basis, als eine der Grundlagen für diese Weiterführung. Wir brauchen die Methoden und wir brauchen natürlich auch die Organisation MTM, damit wir diesen Transfer in die Praxis besser und effizienter machen können. Die MTM-Vereinigung ist eine starke Gemeinschaft. Die Mitgliedschaft sichert den Unternehmen maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildungsangebote, die Integration in ein weltweites Netzwerk für Kompetenz in Produktivitätsmanagement, die punktgenaue Umsetzung der Maßnahmen an jedem Standort und den unmittelbaren Zugriff auf alle Produkte und Services. Stellen Sie sich vor, überall auf der Welt sind Unternehmen mit einer Methode erfolgreich. Und Sie sind dabei. Aufbauung. Bitte, dass Sie sich heute mit einer Methode Lü altri الigkeit im Umlenbewegungsamvist 군inistische conservative Aus- und Iw Einl separatischen Buhl. ISS